Eine taoistische Einstellung fließt wie ein Wasser. Und das ist manchmal opportunistisch. Das Wasser kann gegen den Stein im Weg meistens nicht durchbrechen, sondern er macht einen Umweg. Aber das Ziel nachher, nach unten irgendwo zum Meer zu kommen, erreicht er auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020